Und ja, viele Leute haben mich ja gefragt, wie sieht das eigentlich aus? Kann man eigentlich auch im Sommer einen Obstbaum pflanzen? Und ich sage, ja, kann man. Und ich nehme euch mal mit, kommt mal mit. Wir pflanzen nämlich jetzt einen Obstbaum. Und da gibt es so ein paar Dinge, worauf man achten sollte. Und das zeige ich euch jetzt. So, jetzt habe ich hier einen Baum, der sogar schon einen kleinen Apfel trägt. Ja, was ist das für eine Sorte? Das ist die Sorte James Grieve. Das ist eine alte Sorte. Und ganz wichtig ist, wenn ihr natürlich jetzt einen Baum pflanzen wollt, dann sollte er im Container sein. Das heißt, er muss im Topf gewachsen sein. Und wenn er im Topf gewachsen ist, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Es gibt so ein paar Dinge, worauf man achten sollte. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also, wir setzen, ich hocke mich mal hier hin und wir gucken uns den Baum mal an. Also, der Baum ist veredelt. Das heißt also, das hier, was ihr hier unten seht, das hier, das ist die Unterlage. Und auf diese Unterlage wurde der James Grieve veredelt. Warum ist das so? Normalerweise würde man jetzt denken, okay, ich habe jetzt hier einen Apfel. Wenn der Apfel groß ist, dann hat der Apfel einige Kerne und dann nehme ich einfach so einen Kern und setze ihn in den Boden und irgendwann kommt da ein Apfelbaum raus und dann ein James Grieve raus. Aber nein, das wird nicht so sein. Warum? Warum? Weil jeder Kern, so ein Apfel hat acht, neun, zehn, zwölf Kerne und aus jedem Kern kommt ein neuer Apfel, eine neue Sorte. Also, wir wissen gar nicht, was da für Äpfel rauskommt. Also, wenn wir einen James Grieve, einen Cox Orange oder einen Boss Cop haben möchten, dann geht es nur dann, wenn wir ihn veredeln. Das heißt, und das ist die Aufgabe der Baumschule, der Baumschüler veredelt eben auf einer Unterlage eben diese Sorte. Und jetzt ist immer die Frage, okay, was für einen Apfel möchte ich denn eigentlich? Möchte ich einen Hochstamm, einen Halbstamm oder einen Busch? Ja, das ist halt. Und das ist halt ganz einfach so eine Größenordnung. Also, wenn man so sieht, einen Hochstamm, also mal einen Busch, der hat einen Stamm bis zur Kniehöhe, der Halbstamm bis zur Brusthöhe und der Hochstamm bis zur Kopfhöhe. Das ist erstmal der Grund. Also, das heißt, das ist halt so, danach wird entschieden, ob ich Halbstamm, Hochstamm oder, ja, oder einen, ja, ich sage einfach mal einen Busch habe. So, was habe ich jetzt hier? Ich habe jetzt hier einen Halbstamm. Und woher kann ich das erkennen, dass das ein Halbstamm ist? Das solltet ihr auch unbedingt machen. Wenn ihr zum Beispiel einen Apfelbaum kauft, steht hier zum Beispiel drauf die Unterlage. Seht ihr da? MM106. Das ist die Unterlage für einen Halbstamm. Das ist eine Parzelle in England. Und auf der Parzelle 106 wurde diese Unterlage gezüchtet. Da hat man herausgefunden, dass das eine Unterlage ist, die immer schön auf dem Halbstamm wächst. Und, ja, in Millington, da ist das, da sind diese Unterlagen sozusagen gezüchtet worden. In Millington, Parzelle 106. Damit ihr mal wisst, was das zu bedeuten hat mit dieser Unterlage. Wenn ihr zum Beispiel einen Hochstamm haben wollt, einen Baum, der richtig hoch wird, dann solltet ihr darauf achten, dass er auf einen Sämling, ja, veredelt ist. Dann ist es auf einen Sämling veredelt und zwar heißt das Bittenfelder. Ja, das ist ein Bittenfelder. Das ist die Unterlage. Wenn auf dieser Unterlage hier unten drauf steht Bittenfelder, dann wisst ihr, das ist ein Hochstamm und das ist ein Baum der 8 Meter, 10 Meter. Der würde hier überhaupt nicht hinpassen. Der würde hier auf dieser Fläche viel zu groß werden. Darum habe ich mich für einen Halbstamm entschieden. Ja, und warum habe ich mich für einen Biobaum entschieden? Das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, weil diese Biobäume, erstens ist es eine alte Sorte. Ganz sicher, diese alte Sorte, ja, die ist vor 300 Jahren schon gewachsen und vor 300 Jahren hatte man noch keine Chemie. Vor 300 Jahren hatte man auch noch keinen, ich sag mal, mineralischen Dünger. Also dieser Baum wächst halt mit ganz normalen, also mit Kompost und ja, mit Hornspäne. Da bekomme ich einen tollen Baum und ich brauche hier keinen mineralischen Dünger. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Busch kauft, das heißt also ein Busch, der hat dann hier unten eine schwach wachsende Unterlage. Und diese schwach wachsende Unterlage macht dann ganz wenig Wurzeln. Das heißt, da kommen ganz wenig Wurzeln und da diese schwach wachsende Unterlage so wenig Wurzeln macht, braucht dieser Baum mineralischen Dünger. Der kann ohne mineralischen Dünger gar nicht leben. Das heißt, ohne mineralischen Dünger wird dieser Baum dann keine ordentlichen Früchte tragen. Darum ist es immer gut, immer zu gucken, okay, was habe ich für eine Unterlage? Wenn ihr einen Baum kauft, fragt einfach in der Baumschule nach, was ist das für eine Unterlage? Und da könnt ihr dann entscheiden, okay, habe ich einen Hochstamm, habe ich einen Halbstamm, habe ich einen Busch? Also Büsche auf schwach wachsenden Unterlagen ist eigentlich immer nur geeignet für den Erwerbsobstbau. Weil die haben die Möglichkeiten, die können auch gar nicht anders. Die nutzen halt mineralischen Dünger und das sollte man beherzigen. So, jetzt erst mal genug erzählt. Jetzt wollen wir den natürlich auch pflanzen. Und beim Pflanzen gibt es so ein paar Dinge, die man auch beachten sollte. Also grundsätzlich, ein Apfel ist ein Kernobst. Und Kernobst, was braucht Kernobst? Einen durchlässigen, lehmigen, schweren Boden. Da fühlt sich der Apfel wohl. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Kirsche pflanzen wollt, eine Kirsche ist ein Steinobst. Und Steinobst, so wie das der Name schon sagt, Stein, wächst gerne auf steinigen Böden. Also das heißt, immer wenn ihr zum Beispiel so einen Baum pflanzen wollt, müsst ihr euren Boden vorbereiten, damit eben der Baum ordentlich wachsen kann. So, jetzt aber gut, jetzt als erstes muss man natürlich ein Loch buddeln. Habe schon mal hier ein bisschen vorbereitet. Das heißt, ein großes Loch, damit eben, also hier sieht man, der Boden ist schön schwarz und dunkel. Also hier wird sich der Apfel also richtig wohl fühlen. Großes Loch. Also ihr seht gleich, ich fack das hier gleich nochmal rein. So. Ja. So, ein bisschen auflockern. Also der Boden ist so gut, dass man hier jetzt nicht unbedingt noch Kompost dazugeben muss. So, dann kann man den einfach mal reinstellen. Hier sieht man mal, so ist das eigentlich ganz schön, wenn man halt seht, okay, das ist ganz toll. Der hat genug Platz und hier können wir ihn gut einpflanzen. Das erste, was wir machen, es ist natürlich, wir setzen jetzt schon mal den Pfahl. Das heißt, der Pfahl kommt hier mit rein. Und jetzt muss man gucken, von wo kommt der Wind. Der Wind kommt weißen aus dem Osten. Das heißt, wenn er aus dem Osten kommt, drückt er so rüber. Also kommt der Pfosten hier rein. Drücke ich jetzt hier mal rein. So, kommen wir gleich mal ein bisschen. Der wird gleich mit eingebuddelt. So. Jetzt nehme ich den Baum und setze ihn an den Pfosten. Das heißt, wird ausgetopft vorsichtig. Ihr seht ja, das ist ein, ja, ich sag mal ein schöner Ballen. Und jetzt gibt es auch noch eine Sache, was man beachten sollte. Und zwar, ihr seht hier, könnt ihr das erkennen ja bestimmt, das sieht aus wie ein O hier. Und zwar, das hier hat der Baumschüler die Unterlage abgeschnitten. Das heißt also, auf dieser Unterlage wurde ja die, ja, die Sorte aufgefropft und zwar mit einem Auge. Und dann wurde hier die Unterlage abgeschnitten. Und das ist wie ein O sieht das aus. Und dieses O sollte nach Osten zeigen. Und Osten ist jetzt hier bei mir da. Und darum drehe ich den Baum, dass das O nach Osten scheint. Und dann, ja, pflanze ich den Baum jetzt hier ein. Das ist ganz... Warum soll das nach Osten sein? Weil der in der Baumschule auch so stand. Der Baum stand so in der Baumschule. Und so wie er in der Baumschule steht, soll er jetzt hier auch stehen, weil dieser Baum sich an diese, ja, ich sag einfach mal an die Windrichtung gewöhnt hat. Das heißt also, er kann sofort weiter wachsen, ohne sich umstellen zu müssen. Also das ist eine einfache Sache. So, und jetzt kommt einfach schön zugebuddelt. Ganz wichtig ist, nicht zu tief, ja. Das heißt also, so wie der Baum eingepflanzt war, so sollte er auch sein. Also diese Veredelungsstelle muss über der Erde stehen. Das ist ganz wichtig. Bei den Rosen ist das anders. Aber hier sollte das so sein. Ganz, ganz wichtig. Dann wird er einmal schön angedrückt hier. Das ist der Pfosten. So. So, und was ich noch mache, das heißt also, ich unterstütze den Baum jetzt ein bisschen. Natürlich muss er angegossen werden. Das heißt, er braucht unbedingt jetzt Wasser zum Angießen. Was ich habe, ich unterstütze ihn mit ein bisschen lebenden Dünger. Das sind Mikroorganismen, die den Baum widerstandsfähig machen, die ihn jetzt, ja, die den Boden beleben und, ja, den Baum mit Nährstoffen versorgen. Hier brauche ich gar nicht viel. So eine kleine Kappe voll hier in diese Gießkanne geben. Eine kleine Kappe. Ab in die Gießkanne. So. Bisschen umrühren hier. Und damit gieße ich den Baum jetzt an. So, dann wird der Baum noch festgebunden. Und das war's. Und dann kann der Baum, ja, wachsen und gedeihen. Es gibt noch eine Sache zum Abschluss, was ihr auch wissen solltet. Das heißt, so ein Baum ist ja ein absolutes Kunstprojekt. Das heißt, von uns Menschen geschaffen. Und wir müssen immer dafür sorgen, dass dieser Baum, ja, sein Leben lang mit der Schere begleitet wird. Weil wenn wir das nicht machen, wenn wir den Baum jetzt nicht schneiden würden, das ist ein anderes Thema, aber wenn ich es nicht machen würde, dann würde was passieren? Der Baum würde ganz viele kleine Äpfel bilden, weil er nichts anderes macht, als seine Art zu erhalten. Das heißt, er wird hundert kleine oder tausend kleine Äpfel bilden und wird sich sozusagen tot tragen. Und das wollen wir natürlich nicht. Der Baum soll wachsen, der soll sich schön aufbauen und soll große, schöne Früchte bringen. Und das bringt er nur dann, wenn wir ihn schneiden. Aber wie wir ihn schneiden, das ist ein anderes Thema und das gibt es beim nächsten Mal. Ja, es war viel heute, aber ich denke mal, auch das ist mal wichtig zu wissen, okay, worauf kommt es eigentlich an bei Obstbäumen? Wenn ihr noch Fragen habt, wenn ich nicht alles beantworten konnte, dann nutzt wie immer die Kommentarfunktion. Und ja, dann kann ich nur sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal, euer Pflanzenarzt. Und vergesst mir nicht zu folgen für mehr. Tschüss!